Hi, Darius hier, 6.20 Uhr aus Düsseldorf. Jetzt geht's zur Bahn und treffen die anderen und dann geht's auch schon nach Frankfurt. Ich nehme euch heute einfach mal mit. Ich bin Elli aus dem Sauerland, einer der drei Sauerländer. Ich freue mich mega auf diese Tour, es wird richtig spitze. Hallo Leute, wir dürfen endlich wieder reisen. Für uns geht's jetzt diesmal nach Kenia und wir haben alle mega Bock, weil wir dürfen endlich wieder die positiven Geschichten der Stiftung erzählen. Und das mit einer echt coolen Truppe dieses Jahr. Jetzt noch 8 Stunden Flug, muss nicht unbedingt so sein. Und dann sehen wir uns in Nairobi wieder. Wir sehen uns in Nairobi wieder. Wir sind gelandet in Nairobi. Es ist Abend auf jeden Fall. Wir sind alle ein bisschen platt. Das war aber ein sehr angenehmer Flug. Wir haben uns schon wieder ein bisschen besser kennengelernt und freuen uns jetzt auf eine schnelle Ankunft im Hotel. Und morgen geht's dann weiter. Bis dann! So Leute, wir sind im Hotelzimmer angekommen. Ich bin hier mit dem Dean Patrick. Wir versuchen jetzt noch ein paar Stunden Schlaf. Ist jetzt auch schon nach 1 Uhr. Wir müssen morgen früh los. Und dann geht's zu unserer Partnerorganisation Amref. Genau. Und bei Amref werden wir kennenlernen, wie die Organisation arbeitet, was für Projekte gefördert werden und generell wie das ganze Prozedere abläuft. Und dazu holen wir euch morgen ab. Yes! Bis dann! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020